Damit sag ich Hallo und was geht ab? Ich bin euer Zahi, dass ihr willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. FC Bayern gegen Ingolstadt 0-4. Man kann sich gar nicht mehr an Ingolstadt in der Bundesliga erinnern, weil sie zwei Jahre nicht mehr in der Bundesliga sind. Direkt kommen die Bayern. Douglas Costa oder Douglas Costa wird gefoult hinter Seher. Kylian Mbappé. Kupfer. 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 Nuland. Kylian and Boppy. Oh man. Kylian and Boppy. Ecke. Und Manuel Neuer. Kylian and Boppy. Und fast schon das 1 zu 0 für Ingolstadt. Ich rede nicht so viel, weil ich muss mich auf das Spiel konzentrieren. Und Rafinha. Ja komm dann machen wir so, dann machen wir so. Dann bringen wir die Flanke. Dann will er eine kleine Sergio Ramos Gretchen machen. Hey Junge, ich habe immer noch eine Glatte. So unnormal. Oh mein Mann. 1 zu 0 für 1 zu 1 in Dortmund. Tor für Dortmund. 1 zu 1 gegen Darmstadt. In der 26. Minute. 2 zu 1. Nein. Halbe Stunde gespielt. Immer noch. 0 zu 0. 0 zu 0. 0 zu 0. 0. Und Kylian and Boppy. Nuland. 1. Nülland. Nülland. Müller. Hey, Müller ist so dumm. Ich schwör, ich dachte, der rennt da los, hab ich dir nochmal vorgelegt. Junge, dieser Müller, Alter, ist so dumm. Nichts gegen dich, Müller, aber was hast du da gerade gemacht? Manu. Ey, Raffinia, du bist ja auch dumm. Und Manuel Neuer, als ob er vom Tor rausgeht. So schlecht, Alter. In dem Moment wirklich. Junge, Douglas Costa ist der Einzige, der vorne ist. Junge, ey. Die anderen Spieler geiern da gerade nur. Tolisso. Nein, Forsten. Nein. Wie viel Pech kann man noch haben? Halbzeit, ich stehe 1 zu 0 für Ingolstadt, obwohl die Bayern nochmal ausgleichen könnten. Aber natürlich, er trifft nie Mbappé. Mbappé. Ja, das hat mich gerade so, Curry, gestört, dass er kein Tor geschossen hat. Ich schwöre, der hatte gerade zwei Chancen bei einem Tor. Er schießt ja nicht mal eins. Ah, hier ist jetzt das Tor. Oder? Müller. Ey, Müller, ey. Ja, okay, der Pass von Mbappé war ja jetzt auch nicht so toll. Kommt doch mit. Gar keiner kommt mit. Ja, moin. Ey, Mbappé, du bist vorne. Ey, Leute, das stört mich gerade. Fast gar keiner kommt mit Douglas Costa mit. Die sind da alle hin und holen herum. 1-1 bei. 1-1 bei Frankfurt gegen Leverkusen. Müller. Nein. Ich wechsle jetzt schon aus. Ey, ich kann mit dem Mbappé vorne so gut spielen, aber er schießt kein Tor. Das stört mich so an ihm. Manchmal hat er so gute Chancen und er schießt kein Tor. Das stört mich so mega an ihm. So, Robben ist jetzt drin. Robben weiß nicht, dass er viel kann. Und ab Marsch. Ey. Jetzt habe ich schon gar keinen Bock mehr, dieses Spiel zu spielen. Komm. Holt euch den Ball. Nein. Seid ihr dumm? Ja. Seid ihr cool? Nein. Ribery, das ist auch so übertrieben von dir. So schnell kann ich mal ein Stürmer laufen. Ey. Junge, die wollen jetzt echt Stress hier, die Ingolstädter. Nächstes Spiel für Bayern. Ja, faul. Ganz klar. Nächstes Spiel für Bayern ist... Nein. Nächstes Spiel für Bayern ist gegen Berlin. Oh mein Gott. Als ob die mit acht Schüssen besser sind als wir. Als ob. Marte verletzt sich. Interessiert mich jetzt auch nicht. Interessiert mich jetzt auch nicht. Müller. Lewandowski 1-1 Bayern. Sein vierte Saisontor in der siebzigsten Spielminute gleichen die Bayern mit diesem Treffer aus. Endlich. 2-1 für Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Tor in der 72. Minute. Morales. Neuer. 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 1 bureaucracyериhan bearsちらin wertschau周 der 63-0 SJK. Neuer. Neuer hat das letzte Mal verletzt. Neuergission%. Hey, meine Spieler sind gerade richtig K.O. Ein Wurf für die Bayern, Ribery, Ribery, Muller, ey Muller. Robin, ey das war doch nichts, der hat nichts gemacht. Ja, abgefälscht, hey Ecke, was für, der hat den doch abgefälscht. Meiner Meinung nach hat der den abgefälscht. Das war doch eine Ecke. Okay, vier Minuten nach Spitz, als kann ich mich am Arsch lecken. Ribery. Nein, du holst jetzt den Ball, hol den Ball. Ey, der pfeift den Ball 20 Sekunden schon jetzt ab, der pfeift jetzt schon ab. Junge, der pfeift den 20 Sekunden zu früh ab. Junge, ey. Ich krieg die Krise. Müller hätte das Tor erzielen können, aber er macht's natürlich nicht. Er ist so schlecht. Er ist so schlecht. Gegen Berlin werde ich jetzt auch noch spielen. Er ist voll gemein, Junge. Nur weil die nicht spielen können. Ingolstadt kann gar nicht spielen. Die hauen nur den Ball nach vorne fertig. Nein. Ja, Leute. Das war's mit diesem Video. Lektes Video. Zeigt das Video. Und tschüss. Wärts? CDU explain bil.